ARD Text im Auftrag von Funk Auch Out of Range Ich hab grad keine anderen Blöcke, die Sehr gut, dann siehst du wenigstens das gleiche wie ich Nicht wie beim letzten Mal, Moment Was ist denn da für ein Blöcke? Hier, Range Upgrade Was wollte ich denn jetzt gerade noch machen? Achso, hier die Golden Waterproof Pipes Die Fresse halten Ja, äh, geh mal Geh mal kacken Nee, geh mal zu den anderen Barrels da unten Da sollten noch Waterproof Golden Shitty Lili Badibi sein Oh, hell yeah, bitch Sorry Ist nicht so schlimm Ich hab das Barrel-bitch-slapped So, dann Müsste die eben so sein Warum denn? Hallo, geht's noch? So Ähm It's Advanced Äh, was? Hallelujah, it's Advanced 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 Oh, ich hab nicht mehr Da musst du ja selbst lachen, ne? Ja, das ist ja lustig. Spast. So, funktioniert das jetzt schon? Das wäre ja immer toll. Das wäre ja immer toll, ey. Ho, 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 Basti ist ne Ho. Franz, das pumpt nicht ab. Du musst erst saugen. Ich sauge doch. Franz, funktioniert das vielleicht doch nur andersrum? Andersrum kann man doch nur unten. Weiß ich nicht. Also man kann ja unten auf jeden Fall rein, das haben wir jetzt schon gelernt. Aber kann das sein, dass man vielleicht doch nur von unten abpumpen kann? Hat mir das nicht aber schon getestet? Nö, du hast gesagt, das geht. Weil wenn man jetzt von unten reinpacken kann, dann geht das auch andersrum, sagtest du. Und der Mann, der das geschrieben hat, soll sich ficken oder sowas ähnliches hast du geschrieben. Also mir gesagt. Die sieht irgendwie, warte mal. So, jetzt lass mich das mal angucken. Hier oben, das soll pumpen, ja? Ja, da passiert aber nichts, das geht nicht. Die Engine ist ja auch gar nicht an. Doch, doch. Die bewegt sich doch. Die Engine bewegt sich bei mir nicht. Bei mir schon. Aber, äh, ja. Nö, bei mir leider nicht. Egal. Aber ich sehe, dass sie Strom hat. Ja. Jetzt bewegt er sich bei mir. Hups. Habe mein Schwert weggeschmissen. Das funktioniert nicht. Aber ja, es pumpt nicht raus. Das ist immer ein Kaker. Karpenter. Warum muss der Karpener hier oben sein? Weil ich den hier ständig brauchen werde. Okay. Ich muss mir ständig so hier für die Dinger was herstellen. Du kannst ja mal versuchen, einfach hier unten jetzt, ähm... Ja, ich kann es jetzt einfach umdrehen. Das ist letztendlich nicht so das größte Problem. Ja. Aber es ist halt trotzdem bescheuert, dass man halt alles, ne? Verstehst du? Ja. Ne, ich hätte das auch jetzt so nicht gewusst, dass das nur so rumgeht. Muss ich gestehen. Keine Ahnung. Wie, ich brauche gar keine? Hä? 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 Hm. Das wird hier raus... Der Squeezer pumpt es raus, obwohl... Keine Engine dran ist. Oder habe ich hier jetzt einen Bug? Hä? Was? Wo? Wann? Ich bin jetzt hier unten drunter. Und der Squeezer, der hier unten die Deceit Oil herstellt. Ja. Die Engine, die das abpumpen soll, ist aus. Und trotzdem geht die ganze Zeit noch. Okay. Das ist ein bisschen verrückt. Das Zeug nach oben. Das ist ja mal interessant. Das ist aber gut zu wissen. Dann brauche ich die Engine hier ja gar nicht. Dann brauchst du die Engine noch gar nicht dort, oder? Ne, dann brauche ich die Engine hier gar nicht. Das ist ja verrückt. Dann brauchst du die Engine gar nicht dort. Ne, ich brauche die Engine dann gar nicht. Brauche ich dann überhaupt... Brauche ich denn überhaupt hier das Wooden Waterproof Pipe? Oder kann ich eine Goldene dazwischen setzen? Das teste ich jetzt hier mal. Aber eine Engine brauchst du, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ne, ich brauche keine Engine dann jetzt hier. Geht das auch so? Mal gucken. Seed Oil. Drei Rad fahren verlernt man nicht. Hab ich gehört. Ich glaube, Drei Rad fahren kann man... Ist auch Natur... Also, man... Als wäre es natürlich, dass man Drei Rad fährt. Jetzt hör auf. Als wäre es natürlich, Drei Rad fahren zu können, ja. Ja, ja... Nee, jetzt scheint es nicht mehr zu pumpen. Ja, kannst du mal lernen, was du davon hast. Funktionieren die Waterproof Wooden Pipes irgendwie von allein? Gerade sah das aus. Entweder ist es Buggy hier gewesen oder... Naja, ist ja auch egal. So, mein Plan ist nun, die Engine abzubauen. Ne, ist ja falsch. Du bist manchmal schon ein bisschen schusselig, oder? Du doch, aber auch. Ja. Deswegen fassen wir so gut zusammen. Genau, weil wir dann so wenigstens nichts schaffen. Ja, aber das mit einem hohen Unterhaltungsfaktor, der seinesgleichen sucht. Denn wir sind... Günther ja auch. Und... Reinhard Gräbe in einer Person. Und mit zwei Stimmen. Jetzt funktionierst du nicht mehr? Ich? Nee, ich funktionier das tatsächlich nicht mehr. Oh, oh. Nein, die nutzen sich ab. Die Elimine. Moment, nein, nein. Ich hab gelesen. Ich hab gesehen, dass die sich abnutzen, aber dann nicht mehr. Hört auf. Nutzt euch nicht mehr ab. Hört auf damit. Jetzt funktioniert es wieder. Was passiert hier? Sie nutzen sich nicht ab. Also schon, aber dann nicht mehr. Ich hab Ventilatoren hergestellt. Yippie. Oh, Junge. Oh, Junge. So, Basti. Dein Problem. Nachdem ich jetzt der Probleme... Okay, es funktioniert doch nicht ohne Engine. Ich hab keine Ahnung, wieso das einfach weiterlief vorhin. So, was hast du jetzt für ein Problem, Basti? ... ist für mich nicht zu verstehen. Ich hab jetzt kein Problem mehr eigentlich. No, aber jetzt bin ich doch da. Ich hoffe, ich hab kein Problem mehr. Warte mal. Wie sieht's denn hier so ruhmtechnisch aus? Ich müsste Quatsch direkt dahinter... Achso, übrigens kannst du den Sound jetzt wieder anmachen. Oh! Ja! Das find ich gut. Ich habe mich um eine schnelle Lösung des Problems gekümmert. Mein Name ist Telekom. Jetzt geht's bestimmt. Oh! Oh! Oh, da ist der Sound! Ja! Ey, das ist so richtig hier. Das ist ja nicht zu fassen. So, also, ich will ja... Randa... Wanda? Randa an Wanda. Immer ran an Wanda. So, ähm... The fuck? Bösartige Musik wird hier gespielt. Wieso tut sie das? Ich weiß es nicht. Ich find es frech in höchstem Maße. So, das... Egal. Ähm... Ähm... Ja, sagst du was? Dahin und dahin. Das wird hier abgepumpt und können wir hier hochgehen. Warte mal. So, passt auf. Jetzt müsstest du wieder... Eigentlich... Ja. Ähm... Franz! Basti! Es geht voran! Oh mein Gott! Äh... Wieso... Wieso... Ach man! Diese Scheiße! Zack! Nein! Aber es... Es funktioniert! Oder? Funktioniert? Es funktioniert! Entschuldigung. Es funktioniert. Jetzt brauch ich nur... Okay. Ja, aus. Okay. Also, folgendes. Ich habe einen Fortschritt zu vermelden. Dü-dü-dü-dü-dü. Sofern ich... Ui-ui! So, sobald ich es hinkriege, dass dieser Nucular-Reaktor ständig mit diesen Cooling-Cells beliefert wird, läuft der Reaktor ohne unser Zutun. Wir müssen dann halt nur alle drei Stunden mal die Uran-Zellen austauschen. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Das ist fett. Ich auch. So. Und wenn die Uran-Zellen aus sind, dann passiert halt nichts. Also, der explodiert dann auch nicht und so weiter. Ist das fett! Franz is the Master! Booyah! So, jetzt muss ich nur hier diese Scheiße zum Laufen kriegen. So ein Mist. Du lachst. Warum lachst du? Entschuldigen Sie bitte. Es tut mir leid. Nutte. So, ähm... Range. Range. Brains. Brains. Äh, das merke ich mir. Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich hab's mir wirklich nicht gemerkt. Hier wird reingepumpt, Franz. Hier wird hineingepumpt. Das kenn ich. Hier brauch ich also dementsprechend gar keinen... Brauchst du auch nicht. ...Strom. Hoffe ich. Brauchst du nicht. Dass ich mich da jetzt nicht vertue. Nein, brauchst du nicht. So, also. Reiten. Das ist was anderes als so dieses Französische. Das ist ohne Helm. Und das war übrigens voll gefährlich. Ich bin noch nie auf dem Pferd geritten. Also generell bin ich noch nie geritten. Ladies. Ähm. Und auf einmal... Ja, ich hab mich auch grad gefragt, warum dann Ladies kam. Auf jeden Fall bin ich, bin ich noch nie, oder hab ich noch nie auf dem Pferd geritten. Bin noch nie auf dem Pferd geritten. Und ähm, das war voll komisch, weil das war, das war eine Tages, das war ein Tagesritt. Wirklich ein Tagesritt. Wir sind da, wir sind da zehn Stunden geritten. Ja, ähm, Ladies. Und, und mir tat dann halt übel, alles weh und ich bin Galopp geritten und, und so schnell auch als Galopp, ich weiß nicht, wie man, ich, ich spreche kein Pferdisch. Galopp ist das Schnellste. Ja, nee, und dann war das Übergalopp. Hypergalopp. Hyper, Mopsgalopp. Also ich bin im Mopsgalopp geritten. Und, ähm, auf jeden Fall tat mir, tat mir halt dann die Beine weh und wir haben eine Pause gemacht und das Schlimmste, was man machen kann, auch beim Wandern, beim Laufen, Training, wie auch immer, ist eine Pause. Weil dann tut einem nämlich alles weh danach. Es ist auch so, solange man Sex hat, ist alles gut. Und dann, wenn man aufhört, tut einem auf einmal die Popperze weh. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Naja, auf jeden Fall bin ich mal, äh, hab ich mal so eine Reittour gemacht. Und weißt du warum? Alles wegen einer, eines Mädchens. Wer hätte es gedacht. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Dann machen wir echt nur Scheiße bei sowas. Naja. Das war kacke. Für dich würde ich auch Pferde reiten, Basti. Für dich würde ich auch mit Pferden Sex haben. Aber nur, wenn du willst. What the fuck? Ja, aber das habe ich auch gerade gedacht. Ey, voll gut. Ich habe B-Swags. Daraus kann ich, ist voll gut alles. Sehr gut, dass du das Thema wechselst. Ja. Ich habe nämlich gerade B-Swags jetzt hier. Und jetzt kann ich daraus Waterproof Pipes bauen. Das ist natürlich schön. Ich finde das auch gut. So, B-Swags. Hallo, mein Freund. Hier ist er gar nicht. Pipewaterproof. So, 64 Mal. Jetzt brauche ich noch Stone Transport Pipe. Habe ich sogar noch. Ey, das ist ja 1A. Heute läuft es, wa? Heute läuft es. Ja, also ich weiß zumindest einigermaßen, was ich tue. Ich brauche zwar super lang für alles, was ich tue. Aber ich weiß zumindest, was ich tue. Hui. So, hoffentlich reicht das. Cobblestone Tempo. Nein, nein, brauche ich nicht. Ich brauche... So, ich probiere jetzt aus dem Gedächtnis zu bauen. Oh nein. Doch. Es funktioniert... Oh. Das funktioniert... Fuck. Nee, das ist gut. Nur entstehen da natürlich wieder einzelne Gerätschaften. Heißt also, mein Inventar ist wieder full. Wie eine Haubize. Die hier muss da ran. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, Basti. Wirklich? Ja gut, das war jetzt nicht so der Knaller. Aber, äh... Ach, ich finde es schön. Schön, schön. Ich finde es auch schön. Aber... Was? Naja. Bitte. Wieso verbinden die sich denn? Wer denn? Telefonierst du gerade? Nee, aber die Stone Waterproof Pipe, die dürfte sich doch eigentlich nicht verbinden mit einer goldenen Waterproof Pipe. Juuu! Weee! Äh, Stone... Doch. Das ist nur die, die Stone, äh, Kobbel Pipe, die Items transportiert, die sich nicht verbindet. Und gibt's die, das, äh, gibt's da auch einen, äh... Da gibt's kein Pendant dazu, no, no. Das ist ja mal ganz schön kacke jetzt. Also wüsste ich jedenfalls nicht. Aber ich hab mich mit diesem Shit auch noch nicht so doll beschäftigt, ne? Bitch. Das find ich jetzt ja doof. Wofür gibst du dir denn dann? Diese Stein... Ähm, damit... Damit man mich liebt. Ganz einfach. Mist, ey, wie mach ich denn das jetzt? Muss ich hier drumrum bauen, oder was? Liebe mich! Oh, liebe mich! Na gut, dann muss ich hier tatsächlich drumrum bauen. Das ist ja doof. Er ignoriert mich. Bitte? Das ist wirklich doof. Ich mag das nicht. Das ist mir unsympathisch. Boah. Das tut mir leid, dass dir das unsympathisch ist. Ey, du Noob, da gibt's doch voll die Lösung für, ey. Du musst einfach, äh, nur... Die Fresse halten, Alter. Mach's doch selbst. So. Ja, mach ich doch auch, ey. Ja. Fuck. Du kannst mir ja dein, dein Kack-Video dann zusenden. Wo ist der Rot-Karrier-Reaktor-Trudengedöns-Halter? Nein! Gibt's ja nicht. Doch! Ja!